Ja, und das ist ein wunderbares Thema. Also, wir können eigentlich nicht viel dazu sagen. Über die Fusion wissen wir nichts, ob das in 50 Jahren klappen wird. Aber was dafür notwendig ist, heutzutage schon, schauen Sie sich das mal an. Die Sonne gewinnt ihre lebensschwendende Kraft aus der Kernfusion. Die Kerne der Wasserstoffatome verschmelzen miteinander und setzen dabei Energie frei, die als Licht auch die Erde erreicht. Stets kopierte der Mensch die Natur. Jetzt ist die Sonne dran. An der National Ignition Facility, kurz NIF in den USA, soll 2011 die erste sich selbst erhaltende Kernfusion gezündet werden. Ein bedeutender Schritt auf dem Weg zum Fusionsreaktor, der einmal billigen Strom liefern könnte. Um das kosmische Feuer zu zünden, bedarf es eines gewaltigen Energieblitzes, der sich auf eine 2 mm kleine Kugel konzentriert. In ihrem Inneren, Wasserstoff. Genauer, die Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium. Die Atomkerne verschmelzen und setzen dabei enorme Energiemengen frei. Übrig bleibt nur unschädliches Helium. Die ganze riesige Fusionsanlage ist nur so gut wie diese winzige Kugel. Sie muss in Form und Struktur perfekt sein, damit die massiven Kräfte wie berechnet die Fusionsbedingungen erreichen. Intensiv testeten die Amerikaner Materialien für die Minikugel. Auf der Suche nach dem optimalen Material wurden weltweit unterschiedliche Forschungseinrichtungen kontaktiert. Diamant wäre der ideale Werkstoff. Doch wer kann schon winzige Hohlkugeln aus Diamant herstellen? Am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik, kurz IAF in Freiburg, beschäftigen sich Dr. Eckhard Wörner, Dr. Christoph Wild und Dietmar Brink bereits seit 1989 mit der Herstellung von synthetischen Diamantscheiben. Seine vielfältigen Eigenschaften machen Diamant für viele Anwendungen interessant. Also es ist schon ein besonderer Reiz, mit dem Diamant zu arbeiten. Der Diamant hat ganz extreme Eigenschaften, wie sie kein anderes Material bietet. Er ist extrem hart. Die Härte ist sprichwörtlich. Darüber hinaus ist er sehr gut wärmeleitend. Er besitzt die höchste Wärmeleitfähigkeit von allen Materialien. Er ist sehr breitbandig transparent, also sowohl im sichtbaren als auch im infraroten. Und diese Kombination von Eigenschaften, die macht ihn schon irgendwo einzigartig. Am Fraunhofer-IAF gelang es dem Forscherteam bereits 1999 in einem selbstentwickelten Plasma-Reaktor, Diamantscheiben von bis zu 15 cm Durchmesser herzustellen. Herausforderungen ändern sich wie Weltbilder. Aus der Scheibe muss nun eine Kugel werden. In Freiburg fängt jede Kugel als Würfel an. Siliziumwafer werden zerschnitten und zu Kugeln poliert. Schon hier sind exakte Rundungen gefragt, denn die Oberfläche des Siliziums bildet die Innenseite der späteren Hohlkugel. Die Rohlinge kommen in den Plasma-Reaktor. Eine Rotationsvorrichtung garantiert die gleichmäßige Diamantabscheidung auf den Kugeln. Auf der Oberfläche wachsen winzige Diamantkristalle. Nach etwa 50 Stunden ist die gewünschte Schichtdicke erreicht. Jetzt müssen die Kugeln noch zum Polieren. Mit selbstentwickelten, hochexakten Maschinen schleifen die Freiburger ihre Kugeln auch außen bis auf den Bruchteil eines Mikrometers rund und geben ihnen genau die richtige Dicke. 10 bis 100 Mikrometer. Ganz nach Kundenwunsch. Mit einem Laser bohren die Wissenschaftler anschließend ein wenige Mikrometer kleines Loch in die Kugel. Durch dieses wird später die Fusionsladung eingeführt. Doch erstmal muss der Siliziumkern heraus. Dies geschieht mit Flusssäure, Ultraschall und viel Zeit. Dann ist die Kugel fertig. Ihre Technologie von Scheiben auf Kugeln zu übertragen, war ein hartes Stück Arbeit für die Forscher. Zunächst hatten wir die Technologie flache Scheiben zu beschichten, die statisch im Reaktor liegen. Nun war die Anforderung, eine Kugel ringsherum zu beschichten. Das heißt, wir konnten die Kugel nicht einfach in den Reaktor legen, sondern die Kugel musste sich während der Abscheidung bewegen. Wir hatten zunächst Probleme mit der Politur. Die Anforderungen an die Politur sind extrem hoch. Die Oberflächenrauhigkeit muss kleiner als 5 Nanometer sein. Wir dachten zunächst, dass das unter Umständen ein Punkt sein könnte, an dem wir nicht weiterkommen. Aber auch diese Klippe haben wir also erfolgreich umschifft. In nur 16 Monaten entstand in Freiburg das, was die Wissenschaftler am NIF dringend benötigen. Die perfekte Hohlkugel aus Diamant. Die Fraunhofer Forscher haben damit einen entscheidenden Beitrag zur Energiegewinnung der Zukunft geleistet. Mit der Freiburger Kugel kommen die amerikanischen Wissenschaftler dem Fusionsreaktor einen Schritt näher.